In der Rigotti-Küche ist heute Luzi. Sie ist quasi ein Profi, was das Fermentieren angeht, also das Milchsauer-Einlegen. Dazu habe ich aus dem Garten gerade was geerntet, die letzten Sachen, und sie wird uns zeigen, wie das alles geht, denn ich weiß es auch nicht so ganz genau. Bei Sauerkraut ja, aber bei anderen Sachen, da traue ich mich noch nicht ran. Luzi, kannst du ein bisschen erklären, was man alles an Equipment braucht? Ich habe hier zum Beispiel so ein Glas. Genau, ein großes oder kleines Glas oder ein Gärtopf wäre gut, je nachdem, wie viel man reinmachen will. Also meistens ist es besser, wenn man nur ein Liter Glas nimmt, dass man einfach das vier Wochen dann fermentiert. So gären lässt? Ja, so gären lässt, genau, und weiter kann man das dann gleich essen. Und bei meinen Töpfe steht das halt dann länger und dann kann es auch sein, dass sich eine Karmhefe bildet drauf. Ah ja. Weil wenn Luft dazu kommt, ist es eher so, dass sich eine Karmhefe bildet. Okay, die Karmhefe kenne ich vom Sauerkraut. Oben ist so eine Schicht, die sieht aus wie Schimmel, ist aber keiner, ne? Ja, ist aber keiner, genau. Das ist Karmhefe. Ist die gesundheitlich bedenklich? Nein. Das heißt, ich mache die raus und hole mein Sauerkraut raus? Nein, das kann man einfach auch wieder umrühren. Das ist ganz egal. Ich hätte jetzt auch noch was dabei, wo ich es zeigen kann. Okay, ja, sehr schön, das zeigen wir dann. Okay, also ein Glas brauchen wir, wir brauchen das Gemüse, was braucht man noch? Salz und Wasser. Salz und Wasser. Und wer will Gewürze? Ja, genau. Okay, wenn ich Sauerkraut mache, ich mache es immer in meinem Steinguttopf, da packe ich immer noch eine Flasche Weißwein mit rein und Wacholderbeeren, Kümmel und natürlich das Salz. Salz ist aber essentiell, sagst du, ja? Salz ist essentiell, also ja, okay, es gibt auch die Fermentierung ohne Salz, aber da ist es halt sehr, ja, es kommt oft vor, dass wenn das länger steht, dass es dann matschig ist. Okay. Und das will man ja nicht. Okay, das heißt, das Salz ist nicht nur für die Haltbarkeit gut, sondern auch, es bleibt knackig, das Gemüse. Ich würde vorschlagen, wir machen mal das Gemüse klein. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie was... Das kannst du so schneiden, wie du willst. Dick, dicke Dinger lassen, ganze Dinger oder klein, wie es du haben willst. So, dass ich, ich hätte es gern so, dass ich es rausnehme und auf den Teller legen kann und essen kann dann. Also mundgerechte Stücke, ne? Mundgerechte Stücke, ja. Gut. Okay. Ich habe hier noch einen Kürbis vorbereitet. Ich weiß, was heißt, ich weiß, ich habe schon mal versucht, eine Kürbissuppe zu machen und die einzuwecken mit dem Weckeinkochautomaten. Ich habe zehn Gläser gemacht, allerbeste Kürbissuppe, alle aufgegangen. So ist es. Warum? Das weiß ich auch nicht. Also bei mir geht es nicht. Meine Schwester sagt, bei ihr hält es. Aber ich weiß nicht, was die macht. Ich habe keine Ahnung. Macht sie es vielleicht doppelt, zweimal hintereinander, das Einwecken dann? Ich weiß es nicht. Also ich probiere es jetzt noch mal. Ich habe jetzt zwei kleinere Kürbisseheuer von denen und mit denen probiere ich es jetzt, die Opferich. Zum Testen. Ja, genau. Würde es denn funktionieren, die Milchsauer einzumachen? Ja. Gibt es Gemüse, das ich nicht Milchsauer einmachen kann? Im Moment fällt mir nichts ein. Also quasi fast alles, ja? Also was ich hier hingelegt habe, ist auf jeden Fall okay. Ja. Ich habe sogar die vier Quitten, die im Baum hängen bei mir dieses Jahr geholt. Selbst die kann man Milchsauer einmachen? Ja. Hast du es schon mal gemacht? Ich mache es halt mit Äpfeln. Mit Äpfeln? Ja. Und die schmecken dann natürlich auch säuerlich? So wie ein Sauerkraut? Die schmecken säuerlich und eben salzig. Okay. Werden wir probieren, bin ich sehr gespannt drauf. Dann schneiden wir klein. Kann man ja damit rein tun. Also ein bisschen Obst kann man immer mit zum Gemüse reinschneiden. Aber man muss schauen, dass es nicht so viel wird. Weil sonst kriegen wir ja einen Wein. Neben dem Zucker. Also auf das Glas eine Frucht. Eine Quitte, ja. Und die anderen mache ich dann in ein Liter Glas rein, separat. Bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Weil ich liebe Quitte. Okay, dann schneiden wir das Gemüse klein. Jetzt haben wir alles fertig geschnitten. Das packt man jetzt ins Glas rein. Wie wichtig ist Sauberkeit hier beim Fermentieren. Ich weiß, beim Einwecken muss alles ganz sauber sein. Absolut wichtig. Hier auch, ja. Okay. Wir haben jetzt Quitte, Kürbis, Hokkaido, Paprika, Zwiebeln, ein paar scharfe Chili, die habe ich mal ganz gelassen. Du sagst, kann man ganz einmal reinwerfen. Ja. Rote Beete hast du noch mitgebracht aus deinem Garten. Die mag ich ja auch total gern. Ein Grünkohl. Einfach klein geschnitten. Und hier haben wir drin den Rotkohl, winzigen Rosenkohl. Und da unten versteckt sich jede Menge Karotten und Petersilienwurzeln. Petersilienwurzeln, Petersiliengrün und Sellerie. Sellerie ist noch ein winziger. Der winzige Sellerie drin, ja. Okay, dann mache ich mal das Glas sauber. Also richtig mit kochendem Wasser. Das wäre das Fächste, ja. Gut. So. Ich habe jetzt leider nur noch ein Glas mit Hahn dran, aber es stört nicht. Der Hahn ist zu, hoffentlich. Wie habe ich es hier? Nach vorne ist zu. So. Dann ist dicht. Müssen wir dann auch stampfen mit einem Stampfer, das Ganze? Nein, müssen wir nicht. Also hier haben wir ja verschiedene Gemüse. Und deswegen muss man da nicht. Also zum Zellenaufbrechen für Sauerkraut oder für, wenn man nur Kraut nimmt, dann ist das also okay. Weil wir das im eigenen Saft dann machen. Ja. Und hier schütten wir also Wasser dazu? Ja, tun wir eine Lake drauf. Okay. Wie machen wir das? Einfach durcheinander oder schichten? Wie du das haben willst. Du kannst schichten oder einzeln. Ich meine, wenn wir schichten und ich fange unten jetzt zum Beispiel mit der roten Bete an, dann komme ich da erst ganz am Schluss dran. Sondern das irgendwie. Ja, genau. Andererseits, es sieht schön aus, geschichtet. Ja, es sieht schön aus. Also wenn ich es wegen der Schönheit mache, dann muss ich es schichten. Und wenn ich es einfach, weil ich immer was Gemischtes haben will, wenn ich aufmache und rausnehme, dann... Dann machen wir es durcheinander. Dann machen wir es durcheinander. Weil so will ich es. Ja, okay. Weil Geschmack geht vor Schönheit, finde ich. Und für den Grünkohl ist es besser, wenn er zwischendrin ist. Ah ja, gut. Damit es keinen... Ja, weil grüne Sachen sind halt gefährlich. Darf ich das mal in die Kamera zeigen? Ja, ich habe das ja vorher schon mal riechen lassen. Du hast hier einen Grünkohl gemacht? Ich habe einen Grünkohl fermentiert. Und warum steht da eine Flasche drin? Das ist eine Beschwerdeflasche gewesen. Wenn man das aufmacht? Da ist ein bisschen ein Überdruck drin. Ja, das... Also so sehe ich auch, wenn der Überdruck immer noch da ist, dass das Ding nicht schlecht ist. Ah, ja, okay. Weil es geht. Also alles, was noch ploppt, das ist okay. Aber es riecht schon sehr streng. Ja, eben. Das ist wie eine Brennnesseljauche geworden. Ja, aber wenn ich hier Grünkohl mit rein mische... Genau, dann ist das super. Perfekt, dann machen wir das so. Genau. Darf ich dir jetzt einfach mal zuschauen, weil ich nicht genau weiß, wie man das hier jetzt mischt? Das kann man ja jetzt... Ah ja, das schmeißen wir einfach rein tun. Die kann man rausnehmen zum Beschweren nachher. Da kann man auch die Strunke nehmen. Ah ja, gut. Weil es soll ja alles dann unterm Wasser sein, wie beim Sauerkraut. Genau. Dann helfe ich dir hier ein bisschen mit. Einfach schneidmeißen, wie es du haben willst. Okay. Und die Quitte natürlich mit rein. Immer wieder mal ein bisschen was. Genau. Ich habe auch ganze Zwiebeln aufgeschnitten. Einfach hier geviertelt oder geachtelt. Schöne, große Stücke. So was gefällt mir immer. Mag ich es sehr gerne. Wo magst du? Also ich würde es jetzt nur klein, also nicht ganz klein, sondern in Scheiben geschnitten haben wollen. Ach ja, einen Fenchel haben wir auch noch drin hier. Und dann kann man schon mal ein bisschen unterstampfen. Genau, das wird jetzt zwar voll, aber das ist noch sehr luftig. Ah, Grünkohl. Oh ja. Da habe ich schon eine Schicht. Ach so, okay. Okay. Aber vielleicht geht das mit Manneskraft besser. Soll ich es machen? Ja. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Ich meine bei so einem Kochlöffel jetzt nicht. Aber wenn man jetzt etwas Schwereres hat, dass man das Glas nicht kaputt macht. Ja. Oder vielleicht einfach dann nach, wenn man die Schichten rein tut, hätten wir jetzt einfach immer wieder stoppen sollen. Ja. Immer wieder mal gleich von Anfang an. Wie stark soll es denn gestopft werden, wenn ich mir dein Glas anschaue? Kannst du es noch mal bringen? Das mit mir vorhin gezeigt hast. Ja gut, da ist ja jetzt schon was heraus. Ja. Schon, aber es sieht ja überhaupt nicht gestopft aus. Aber es war wahrscheinlich am Anfang. Es war gestopft. Aber bei den Sachen, wenn ich jetzt Blumenkohl und Brokkoli und sowas rein tue, dann mache ich eher nicht stampfen. Okay. Also eher nicht. Da ist jetzt noch unten, also klein gehobelt Zucchini drin. Ui. Aha. Ja und da bisschen Chili halt. Schön. Was mir jetzt schon mal gut gefällt, ist das Bunte. Das schaut schon toll aus. Das schaut schon schön aus, ja. Da sind wir jetzt voll, Luzi. Ja. Ich habe noch mal Gläser vorbereitet, weil es jetzt doch mehr geworden, hätte ich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich Gläser hier, schau mal her. Und zwar drei verschiedene Systeme. Bügelglas, Schraubglas und so ein Einkochglas mit Gummi und Klammern. Ja. Mhm. Kann ich alle drei verwenden? Du kannst alle drei verwenden, natürlich. Und ich sehe, du hast ja ein paar Beispiele mitgebracht. Du hast hier auch eins mit Bügelglas. Was muss ich da aufpassen? Denn das schließt ja schon ordentlich ab. Also, das Bügelglas ist so, da ist der Gummi dazwischen. Normalerweise braucht man es nicht entlüften, aber ich tue es trotzdem jeden Tag. Und dass halt nichts an der Kleidung passiert, wäre es gut, wenn man ein Tuch drüber tut, ein Geschirrtuch, und das Ganze einfach in eine Schüssel rein stellt oder in eine Wänderle oder was. Das heißt, wenn es voll ist und mit Wasser und durch das Gähren schäumst du ein bisschen, dann kann es sein, dass ein bisschen was austritt. Ja, genau. Aufmachen, kurz die Luft rauslassen und dann wieder zumachen. Okay. Und das ist so für drei, vier, fünf Tage. Wo es stark gärt. Genau, wo es stark gärt. Das Gleiche wahrscheinlich hier. Da würde ich die Klammern jetzt drauf lassen, einmal kurz aufmachen, entlüften und wieder zumachen. Hauptsache den Druck weglassen. Genau. Gut. Und bei Schraubgläsern, wie machst du es da? Bei den Deckeln ist es so, dass durch die Salzlake, durch das Salz quasi, der Deckel angegriffen wird. Und deswegen muss ich da immer eine Folie dazwischen tun. Eine Klarsichtfolie als Schutz für den Deckel. Ich zeige es mal einfach hier so dazwischen gelegt. Okay. Fermentierte Zwiebeln. Mhm. Klasse. Okay. Du fermentierst wahrscheinlich alles, was du in die Hände kriegst. Ich fermentiere alles, weil ich ja wissen muss, ob alles funktioniert und wie es funktioniert. Und warum, habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Luzi ist nämlich, ja, du gibst Kurse, Fermentierungskurse. Ja. Zeigst, worauf man achtet, wie es funktioniert, wie du es mir jetzt hier auch zeigst. Ja, genau. Klasse. Welches Glas soll man nehmen? Ich glaube, das Größte. Am besten das. Ich glaube, das können wir noch ganz gut gebrauchen. Dann mache ich das jetzt sauber, denn das ist noch ein bisschen schmutzig. So, das Glas ist heiß ausgespült, ganz sauber gemacht. Jetzt machen wir noch den Gummi drauf. Ja, und immer gucken, dass das Ding an der Seite ist. Ah, guter Tipp. So, machen wir das noch voll? Ja, das machen wir noch voll. Schon mal die Quitten kann ich hier auch noch einfach mit rein? Ja, vielleicht sind das aber auch schon zu viel in dem kleinen Glas jetzt. Also Obst lieber nicht so viel? Obst lieber nicht. Das ist für die Süße, aber das wird sonst eher Wein. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Ah ja. Stopfen wir hier noch ein bisschen. Ja, das machen wir gut vorher schon gleich. Ein bisschen rein zum Stopfen. Schauen Sie nicht schön aus. Wunderschön. Das ist doch allein schon fürs Auge was Herrliches. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir keine Gewürze reingetan. Ah, stimmt. Die können wir jetzt auch noch leicht machen. Das machen wir jetzt. Du hast jetzt eine Auswahl hergestellt. Ja. Was kommt denn alles mit rein? Oder was kann mit rein? Hier haben wir Pfefferkörner, also drei verschiedene, roten, schwarzen, weißen. Lorbeerblätter, Wacholderbeere. Bei der Wacholderbeere ist es wichtig, nicht zu viel rein zu tun, weil die antibakteriell wirkt und wir brauchen die Bakterien ja, dass hier die Sache verstoffwechselt wird. Dann Piment, Kümmel, Senfkörner und Nelken. Wie ist es mit der Menge? Beim Pfeffer ist klar, der wird scharf. Hier hast du gesagt, nicht zu viel wegen der antibakteriellen Wirkung. Das ist mir völlig neu. Super. Piment eher auch sparsam, ne? Das kommt darauf an, wie man es selber mag. Okay. Man muss immer schauen, wie man es selber, also was man selber gern mag. Gut. Ich mag zum Beispiel Kümmel sehr gern. Ja, da kannst du ja dann gleich ein bisschen mehr rein. Ja. Nelke würde ich auch eher ein bisschen zurückhalten. Eher ein bisschen verhalten, ja. Ja. Okay. Normalerweise hätten wir es ein bisschen durchmischen müssen, haben wir jetzt vergessen. Das heißt, wir packen es jetzt einfach hier oben rein. Genau, wir tun jetzt da drei Lorbeerblätter hier in die große und hier zwei kleinere in das kleine Glas rein. Dann ein paar Pfefferkörner, hier ein bisschen mehr, da weniger. Da tun wir jetzt drei Wacholderbeeren rein, das sind große, da zwei. Gar nicht anquetschen. Oh, nö. Gleich so lassen. Ja, da machen wir drei Pimentkörner. Du hast gesagt, Kümmel magst du viel. Oh, ja. Mit den Senfkörnern brauchen wir nicht sparen. Jetzt kommt als letztes noch die Nelke. Okay, und da auch? Der nächste Schritt ist jetzt die Lake. Okay. Lake heißt Salzwasser. Salzwasser. Wasser habe ich vorbereitet. Ich habe mal hier drei Liter für die großen Gefäße. Ich glaube, wichtig ist nur, dass sie halt bedeckt sind. Genau. Gut. Pro Liter tun wir 20 Gramm Salz rein. Okay, drei Liter, 60 Gramm. Drei Liter, 60 Gramm. Und wir nehmen sehr gutes Salz. Ja, kein Jodsalz nehmen. Ah. Weil Jod ist ja so, dass man das noch weiß. Jetzt als Kind hat man uns Jod drauf getan, weil es ja antibakteriell wirkt. Also das würde eben die ganze Vergehrung verhindern. Da könnte man jetzt auch kleine Wagen nehmen, aber ich arbeite mit solchen manuellen Wagen total gern. Ja. Alles, was du kaufst mittlerweile hat Batterien, Akkus und ich finde sowas Mechanisches funktioniert genauso. Ja, genau. Das ist jetzt eine große Waage, viel zu groß um 60 Gramm Salz abzuwiegen, aber auch das funktioniert. Drei Esslöffel hast du gesagt? In etwa werden es drei Esslöffel sein, denke ich. Ein bisschen was raus. Muss es so genau sein? Es muss nicht, aber es sollte jetzt nicht so viel sein. Jetzt halt. Weil je mehr Salz ich reintue, desto mehr arbeitet es. Ah. Okay. Das heißt, Salz unbedingt abwiegen. Es ist halt so, es nicht arbeitet, sondern es wird halt auch mit der Zeit immer noch saurer. Und ich lasse es ja manchmal jahrelang stehen. Ja. Und dann wird es halt auch immer saurer. Du hast hier doch so ein schönes Beispiel mitgebracht. Ja. Was hast du denn hier drin? Da ist nur Kraut, also mein Kraut und meine Karotten. Kraut und Karotten. Genau. Und wie lange hast du es schon? Das steht jetzt ein Jahr. Boah. Aber ich habe auch schon vier Jahre stehen lassen. Das letzte Blaukraut habe ich letztes Jahr verbraucht, das war vier Jahre alt. Also so eine gute Art der Haltbarmachung, ne? Ja, genau. Wahnsinn. Deswegen bin ich ja so auf den Trichter gekommen, wenn wir mal eine schlechte Zeit kriegen würden, dass man einfach weiß, wie man solche Sachen lange haltbar macht. Genau. Und gerade zur Corona-Zeit, wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. So hat man ein bisschen was. Ich habe ja auch immer meinen Vorratskeller. Es ist einfach auch ein tolles Gefühl. Genau. Und man hat die besten Lebensmittel. Gesund ist es dazu noch, das sauer Eingemachte. Das Salz gebe ich jetzt einfach hier rein. Ja. Ein ganz normales Steinsalz. Ganz normales Steinsalz. Jetzt kannst du aufgießen. Soll ich machen, ja? Ja, du bist ein starker Mann. Ups. Oh, da geht doch einiges rein. Das hätte ich nicht gedacht. Da ist doch so viel Hohlraum, ne? Obwohl wir mal da ein bisschen gestopft haben. Aber jetzt kommt es. Und so, dass bedeckt ist. Ich muss mal ein bisschen schauen, dass die Luft rausgeklopft wird. Ah ja. Ja, die Gewürze spülst nach unten, sehen wir gerade. Also, du hast ein Augenmaß. Das ist ja unglaublich. Ja, gerechnet. Einen Schuss gehen wir noch drauf, oder? Das ist ja ein bisschen was vielleicht noch, genau. Aber wir müssen ja nun unterdrücken. Gut. Müsste ich nochmal da auch den Rest? Vielleicht, aber, ja. Auch nochmal Salz dann auffüllen? Nee, nee, das reicht schon. Passt, gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass das auch unten bleibt. Weil das schwimmt jetzt an der Oberfläche und das obere könnte dann schlecht werden. Muss nicht, aber könnte. Also es ist besser, wenn es wie beim Sauerkraut unter der Lake ist. Es muss unter der Lake ist, das sollte. Dann können wir da die Strunke nehmen. Die kann man dann auch noch hernehmen. Also nachher auch zum Essen, weil wenn sie fermentiert sind, kann man sie dann auch oft ganz gut essen. Ach, das ist ja lustig. Okay, das ist eine gute Idee. Dann könnte man auch solche Glasteile nehmen zum runterdrücken. Ja, zeig das mal in die Kamera. Einfach ein Glasschälchen rein. Einfach irgendwas, was Gewicht hat und das nach unten drückt. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich bin mal unten an Lech gegangen, habe mir einen schönen, richtig schönen Stein geholt, um das zu beschweren. Oh je. Und dann hat es angefangen zu schäumen. Super. Also so wäre jetzt das okay. Dann hat es angefangen zu schäumen und zu arbeiten. Und die Säure, die hier entsteht durch die Milchsäurebakterien, hat den Stein quasi aufgelöst. Ja, das darf man hier gar nicht machen. Hier sind wir in die Kalkalpen. Es gehen schon mal Steine, wo kein Kalk drin ist. Aber die auf keinen Fall nehmen. So unterdrücken. Also keine Kalksteine. Und auch kein Metall. Ah, darf ich auch nicht nehmen. Weil es oxidieren wird. Okay. Ja, durch diese Verstoffe. Also Glas ist okay, wenn man hier vom Rotkohl oder Weißkohl solche Strünke übrig hat. Oben reinlegen zum runterdrücken. Da kann man jetzt zum Beispiel auch so ein Teil mit reinlegen. Gut. Da können wir jetzt die Stäbchen rein tun. Was machst du mit den Stäbchen? Die legt man hier unter den Rand rein. Also so ganz leicht unter den Rand. Und innen am Rand bricht man die dann ab. Und dann werden sie rein gedrückt. Und hier nochmal das gleiche. Da können wir das andere drum nehmen. Kann man natürlich auch mit der Schere abschneiden. Und nochmal rein drücken. Dann ist das unter der Lake. Da kann man nochmal welche rein tun. Schön. Das ist ja super. Das ist das Einfachste. Perfekt. Und schaut so schön aus. Wie würdest du es jetzt am Anfang starten? So lassen oder doch richtig zumachen? Zumachen. Zumachen. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall so zumachen. Wann mache ich es? Erstmal auf zum Entlüften? Einmal am Tag dann. Du siehst ja dann. Also bevor das Glas kaputt geht, was eigentlich nicht passieren kann, entlüftest einmal am Tag. Hier machen wir jetzt einen Schraubdeckel drauf. Der hat noch nicht mal eine Gummieinlage drin. Der macht also gar nicht dicht. Ja, da machen wir jetzt kein Schraubdeckel drauf. Da machen wir jetzt das gleiche Spiel nochmal. Okay. Aber ein Deckel muss ja drauf. Das heißt, ich würde den jetzt einfach nur oder leicht aufschrauben. Ja, aber da muss ich jetzt doch das beachten, was ich schon gesagt habe, dass die Plastikfolie dazwischen tue. Ja, schon, aber es ist ja keine Gummiabdichtung hier drin. Aber es ist Metall. Ah. Also doch eine Glarsichtfolie. Weil das Salz greift den Metalldeckel an. Okay. Da geht es jetzt halt nicht anders. Folie und Deckel drauf und auch. Man muss halt jetzt gucken, wie das dann entlüftet ist oder einfach leicht offen lassen. Es schaut so schön bunt aus. Echt schön. Probieren können wir jetzt leider noch nicht. Wann kann ich das erste Mal hier zugreifen, testen? Ich würde sagen so in vier Wochen. Okay, vier Wochen. Da ist es dann am besten. Luzi, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du das gezeigt hast und erklärt hast, worauf man alles achten muss beim Fermentieren. Es ist eine milchsaure Haltbarmachung. Ja. Viel Vitamin C bleibt erhalten. Das ist eine gute Sache. Es schmeckt vor allem auch gut, wer kein Sauerkraut mag, der sollte mal sowas probieren hier. Einfach was anderes. Vielleicht auch früher probieren. Also nicht so lange fermentieren. Je länger man fermentiert, desto saurer wird es. Dann ist es nicht ganz so sauer. Und was ich mit dem Sauerkraut zum Beispiel mache, wenn ich mir das hole, mache ich das in der Pfanne warm und mache ein bisschen Honig dazu. Das gibt gegen die Säure noch so ein bisschen Süße, also nicht zu viel, nur dass so ein Gegenpart da ist. Und dann wird das viel geschmackiger. Mag ich sehr gern. Luzi, vielen, vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Gerne. Ich freue mich sehr. Vielleicht sehen wir uns auch nochmal, weil du hast so viele Sachen da. Alles, was man milchsaure verstoffwechseln kann, sozusagen. Machst du. Obestik und alles Mögliche. Und du hast auch einen Riesengarten, den ich vielleicht mal gerne besuchen kommen würde. Gerne. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf freuen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti, zusammen mit Luzi. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.